Schauen Sie dieses kurze Video, um zu erfahren, wie Sie Ihr Einkommen innerhalb von drei Monaten verfünffachen können. Dieter, 35 Jahre alt, hat in den letzten zwei Wochen 14.478 Euro verdient. Heike, 45 Jahre alt, hat in den letzten zwei Tagen 4.329 Euro verdient. Sie schauen dieses Video wahrscheinlich weiterhin an, weil Sie die Geschichten der Menschen ganz am Anfang interessant fanden. Ja, Sie sind hier, weil Sie Ihr Einkommen verbessern möchten. Wer will das nicht? Mein Name ist Hans Klein und ich bin derjenige, der Ihnen helfen wird, Ihr Ziel zu erreichen. Sie haben mein Wort. Wenn Sie mir nur fünf Minuten Ihrer Zeit schenken, gebe ich Ihnen die Möglichkeit, 2000 Euro zu verdienen. 2000 für fünf Minuten. Ich gebe zu, das klingt zu schön, um wahr zu sein, aber weil Sie lediglich fünf Minuten Ihrer Zeit verlieren könnten, gibt es nichts zu überlegen. Wenn Sie weiterhin zuschauen, werden Sie profitieren. Wenn nicht, geschieht überhaupt nichts. Aber möglicherweise werden Sie sich für den Rest Ihres Lebens vorwerfen, eine einzigartige Möglichkeit, Ihr Einkommen relativ schnell zu vervielfachen, verpasst zu haben. Gehen wir es an. In den nächsten fünf Minuten werde ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihren Computer oder Ihr Handy ganz einfach in eine Geldmaschine verwandeln können. Sie dürfen vollkommen kostenlos eine Kopie meiner Trading-Software nutzen, die wir in den vergangenen 14 Jahren entwickelt haben. Sicherlich haben Sie schon ähnliche Videos gesehen, wo jemand sagt, er habe über Nacht eine Wunder-Software entwickelt, die Sie zum Millionär machen kann. Aber die Realität sieht ganz anders aus. Eine Software zu entwickeln, die tatsächlich eine Menge Geld generieren wird, ist keine Angelegenheit von einer Woche oder einem Monat. Mein Team von sechs Programmierern hat die letzten zwölf Jahre daran gearbeitet und davor haben wir zwei Jahre mit intensiver Forschung und Planung verbracht. Deswegen werden wir unsere Software für 4.999 Euro pro Monat vermieten. Warum sonst hätten wir wohl Millionen von Euro in die Entwicklung dieser Anwendung investiert? Aber für Sie trifft dies nicht zu. Ihre Kopie ist komplett kostenlos, wenn Sie es schaffen, sich heute als einer der glücklichen 100 zu registrieren. Wir sind keine Betrüger, die Ihnen ein Gratiswunder versprechen. Unsere Software kostet Geld und das wird immer so bleiben. Sie haben einfach Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Wenn Sie schnell genug handeln und Ihre Kopie so bald wie möglich aktivieren, erhalten Sie nicht nur ein Werkzeug, mit dem Sie Geld verdienen, sondern Sie bekommen es komplett gratis. Jeder Benutzer unserer Software kann diese App verwenden, um tausende Euro pro Monat zu verdienen. Unsere Software sieht jetzt so gut aus und funktioniert so reibungslos, weil wir so viel Zeit und Geld in Ihre Entwicklung investiert haben. Ich versuche kurz zu erklären, wie das möglich ist. Unsere Anwendung kann Ereignisse auf den Weltfinanzmärkten mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit vorhersagen. Mittels einer sorgfältigen Analyse der Ereignisse auf den Märkten und einer maschinellen Auswertung der Ereignisse auf allen Kommunikationskanälen können wir die Entwicklung von Währungen und Aktien mit unglaublicher Präzision vorhersagen. Diese auf öffentlichen Informationen basierende Untersuchung von Vermögenswerten nennt man Fundamentalanalyse. Und Fundamentalanalyse ist die Methode, welche die Weltbesten, wie zum Beispiel Warren Buffett, für Trading verwenden. Mr. Buffett ist seit langem einer der reichsten Menschen der Welt. Es gibt also keinen Zweifel an der Funktionalität der Fundamentalanalyse. Unsere Software fügt dem Know-how der Trader dieser Welt eine weitere Sache hinzu. Automatisches Lesen von Nachrichten. Selbst wenn Sie sich den ganzen Tag die Nachrichten anschauen und fünf Weltsprachen sprechen würden, wären Sie niemals so effizient wie ein PC, der innerhalb einer Sekunde eine Nachricht aus tausend verschiedenen Quellen lesen kann. Heutzutage ist es notwendig, jede Information zu verifizieren. Idealerweise aus mehreren verschiedenen Quellen und jede aus einem anderen Land und in einer anderen Sprache. Ein Großteil der weltweiten Medien wird von denselben Personen kontrolliert, die auch selbst an den Börsen handeln. Folglich liegt es in deren Interesse, die Information zu ihrem Vorteil zu manipulieren. Genauso wichtig ist es, soziale Netzwerke zu überwachen. Insbesondere Facebook und Twitter, wo viele Trader ihre Meinung und Analysen aktueller Ereignisse teilen. Der Schlüssel ist, zu wissen, wie man eine solch riesige Menge von Informationen verarbeitet. Tatsächlich können Sie, eine gewöhnliche Person mit Zugang zu einer Internetdruckmaschine, auf alle Ressourcen zugreifen. Aber können Sie die Bedeutung des Artikels richtig verstehen? Und können Sie anhand der Lektüre eines einzigen Artikels überhaupt irgendwelche Schlüsse ziehen? Informationen sind einfach überall. Das Wichtige ist, wie gut Sie diese analysieren und was Sie damit anschließend anfangen. Aus diesem Grund heißt unsere Software Semantic Investment App. Semantic Investment App kann nicht nur Informationen finden und rasch verarbeiten, sondern sie auch aus einem semantischen Blickwinkel beurteilen. Um es einfach auszudrücken, unsere Software ist die einzige, die jeden Text wirklich verstehen kann. Semantic Investment App sucht in mehreren verschiedenen Sprachen nach Informationen, vergleicht sie miteinander und zieht über jeden beliebigen Fakt nur anhand des Allgemeinbildes Schlussfolgerungen. Die Software trifft nie voreilige Entscheidungen und entschließt sich nie zu einem Handel, wenn sie sich des Erfolges nicht zu 100% sicher ist. Dies bedeutet folglich, dass die von Semantic Investment App bereitgestellten Trading-Signale eine durchschnittliche Erfolgsrate von 92% erreichen. Das bedeutet, dass Sie immer eine 92%ige Chance auf Gewinn haben. In der Welt des Trading ist das noch eine nie dagewesene Zahl. Wenn Sie die korrekten Signale haben, ist die Durchführung des korrekten Trades ein Kinderspiel. Und das ist der zweite wichtige Bestandteil unserer Software. Sie kann Informationen nicht nur sehr schnell verarbeiten, sondern Sie auch nutzen und unverzüglich einen Deal mit einem Broker abschließen. Mensch liest einen Artikel in 10 Minuten, analysiert ihn 20 Minuten lang und führt dann einen Trade durch. Semantic Investment App Artikel, Analyse und Trade finden innerhalb einer Sekunde statt. Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, wie leistungsstark dieses Trading-Programm ist. Während eine normale Person innerhalb eines Tages nur einzelne Trades ausführen kann, schafft es Semantic Investment App, hunderte verschiedene Trades zu machen. Das macht unsere Software langfristig profitabel. Sie teilt Ihr Investment auf, um unnötige Risiken zu vermeiden und damit keine Verlustgefahr besteht. Im Durchschnitt werden Sie bei mehr als 9 von 10 Trades profitieren. Ein gelegentlicher Verlust ist völlig normal. Das Entscheidende ist, wie viel Ihres ursprünglichen Kapitals Sie am Ende haben werden. Aber das werden Sie schon sehr bald selbst lernen. Falls Sie sich dafür entscheiden, Ihre kostenlose Kopie der Semantic Investment App zu aktivieren, sind Sie in diesem Moment nur 5 Minuten davon entfernt, Ihr erstes Geld mit dieser App zu verdienen. Erinnern Sie sich, wie ich sagte, dass ich Ihnen 2.000 Euro für nur 5 Minuten Ihrer Zeit geben werde? Eine weitere Sache habe ich Ihnen nicht gesagt. Sie können diese 2.000 Euro jeden Tag verdienen. Diese Software, die ich Ihnen zur Verfügung stelle, funktioniert jederzeit. Es ist keine einmalige Sache. Sobald Sie registriert sind, können Sie sie für immer benutzen. Ich wollte Sie am Anfang nicht schockieren, indem ich Ihnen erzähle, dass Sie jeden Tag mehr als 2.000 Euro verdienen können. Das hätte doch unfassbar geklungen. Ich denke, mittlerweile verstehen Sie, dass wir über ein wichtiges Werkzeug zum Geldverdienen sprechen. Und dass es mit Sicherheit kein Problem sein wird, mit diesem Benutzen, mit dessen Benutzen Geld zu verdienen. Mehr als 5,3 Billionen Euro fließen jeden Tag durch den Forex-Markt. Das ist eine unvorstellbare Menge Geld. Das sind 220 Milliarden Euro pro Stunde. Sie können es wahrscheinlich nachvollziehen, dass lediglich 2.000 Euro mit der Benutzung unserer Software kein Problem sind. Und wir reden dabei nur von Forex. Unsere Software kann sogar mit Aktien und Rohstoffen handeln. Damit ist das Verdienstpotenzial noch um ein mehrfaches höher. Ich möchte Sie nicht mit unwichtigen technischen Details langweilen. Daher werde ich versuchen, alles erneut zusammenzufassen, nur um sicherzustellen, dass ich nichts vergessen habe. Es ist mir klar, dass Sie kaum erwarten können, das Trading selbst auszuprobieren. Semantic Investment App ist eine Anwendung, die Ihnen hilft, auf den Finanzmärkten erfolgreich zu sein. Beim Erstellen dieser Software haben wir sichergestellt, dass Ihre Bedienung für jeden vollkommen verständlich ist. Sie benötigen keine Betriebsanleitung. Sie brauchen keine besonderen Fähigkeiten. Sie müssen einfach nur Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unter diesem Video eintragen. Die Angabe Ihrer E-Mail reserviert Ihren Platz für weitere 15 Minuten. Sehen Sie, das ist das Letzte, was ich noch richtig erklärt habe. Der Grund, warum wir ein solch wertvolles Stück Software umsonst vergeben, ist, dass wir 100 Beta-Tester brauchen, die uns helfen werden, unsere Anwendung zu testen. Wir wollen erreichen, dass unsere Anwendung fehlerlos funktioniert. Wenn wir dies schaffen, wird jeder Semantic Investment App Nutzer die Möglichkeit haben, seine Verdienste um ein Mehrfaches zu steigern. Unsere Nutzer berichten bereits von durchschnittlichen Verdiensten von etwa 10.000 Euro pro Woche. Dies liegt hauptsächlich an der Tatsache, dass unsere Tester während der Arbeitszeit im Traden nicht viel Zeit fürs Trading haben. Wir wissen, dass das Potenzial deutlich höher liegt. Daher möchten wir die Anwendung weiter verbessern, sodass jeder Zehntausende von Euros in ein paar Minuten verdienen kann. Das ist momentan der einzige Nachteil unserer Anwendung. Deshalb bitten wir um Ihre Hilfe. Nach jetzigem Stand müssen Sie mindestens 20 bis 25 Minuten pro Tag dem Trading widmen. Wir möchten das gesamte System verbessern. Deshalb bieten wir Ihnen eine exklusive Möglichkeit, an unserem Programm im Ausgleich für Ihr Feedback umsonst teilzunehmen. Keine Sorge, wir werden Sie nicht belästigen. Ich werde Sie nur kontaktieren, sobald Sie Ihre ersten 10.000 Euro erhalten und Sie um eine kurze E-Mail mit Ihren Vorschlägen zur Verbesserung der App bitten. Das ist alles, versprochen. Nur um Ihnen eine Vorstellung zu geben, ich gehe davon aus, dass dies Mitte nächster Woche geschieht. Exakt so lange benötigt unser durchschnittlicher Nutzer, um seine ersten 20.000 Euro zu verdienen. Nachdem Sie Ihre E-Mail eingeben, werden Sie auf das Registrierungsformular weitergeleitet, wo Sie Ihre Registrierung abschließen können. Denken Sie daran, dass Ihr Trading-Konto durch ein anfängliches Investment aktiviert werden muss. Bei unserem empfohlenen Broker sind das 250 Euro. Angesichts des um ein Vielfaches größeren Profitpotenzials hoffe ich, dass dies für Sie kein Problem sein wird. Deshalb haben wir unsere Startaktion auf 100 ursprüngliche Nutzer begrenzt. Es ist fair, derjenige, der sein oder Ihr Konto zuerst durch eine Einzahlung auf das Konto des Brokers aktiviert, erhält sein oder Ihr Konto umsonst. Dadurch liegt es ganz an Ihnen, ob Sie schnell genug sind. Die Tatsache, dass Sie immer noch dieses Video und diese Seite sehen, bedeutet, dass Sie noch eine Chance haben. Folgen Sie zur Sicherheit immer der Angabe auf dieser Seite, die Ihnen in Echtzeit zeigen wird, wie viele kostenlose Lizenzen noch übrig sind. Aber das ist wirklich alles. Geben Sie Ihre E-Mail ein und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich darauf, Sie bald wiederzusehen. Es gibt noch freie Plätze, zögern Sie also nicht. Ihre 10.000 Euro pro Woche sind bereits garantiert. Versäumen Sie nicht und seien Sie unter den Zersten.